Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, aus copyright-technischen Gründen können wir nicht nur diesen Song gerade nicht spielen, sondern wir können quasi fast keinen Song aus dieser Episode spielen. Deshalb haben Natascha und ich uns überlegt, doch einfach nur, wie das auch schon beim Guilty Pleasure der Fall ist, eine Playlist auf YouTube zu erstellen, wo ihr alle Stücke aus unseren drei Folgen hören könnt. Und tut uns leid für die Unannehmlichkeiten, auf YouTube ist das leider nicht anders zu regeln. Wer sich trotzdem gerne die ganze Folge inklusive unserer Gespräche anhören möchte, der geht am besten entweder auf Anchor oder auf iTunes oder auf Spotify oder auf Soundcloud oder auf Mixcloud. Viel Spaß beim Hören. Die Links zu unseren Plattformen findet ihr natürlich hier unten in der Videobeschreibung. Die Links zu unseren Plattformen findet ihr natürlich hier unten in der Videobeschreibung.